ja aber ich baue kein kübel das ist die seite, auf der seite hab ich auch schon ewig nicht mehr gespielt ja ich find die seite aber besser sicher? ja keine ahnung wir haben es gebaut los, bewegung kann ich nischt beurteilen pioniere nehmen ziel ein pioniere gehen zum ziel wegen befehl für mein einen volks gemacht der nächste volks geht direkt geht ein mg-trupp erwartet befehle mit fabi war ich auf der karte in der letzten ach ne jetzt war die simoski sommerkarte wo man total fertig gemacht ja gut aber simoski ist ja nur ne 1 gegen 1 also die sommervariante ne auch 2 gegen 2 echt? ja die hier ist mittlerweile auch im 1 gegen 1 ok also ich dachte simoski im sommer simoski sommer war zeitweise komplett raus ich weiß nicht warum es auf einmal wieder drin ist mhm warum ich hier nicht so durch zu cappen falls was kommt weißt was ich meine? mhm will ich lieber im haus sein also nicht wundern warum das hier so dauert mit dem cappen mhm ja kein Problem pioniere berichten Einnahme des Ziels ah da ist der Russe wir nehmen das in der Feuerwehr so jetzt haben wir einen Fuel so jetzt haben wir einen Fuel zum Ziel ein Trupp Pioniere ist eingetroffen gehen in Angriffsposition auf Patrouille so dann ist rechts bestimmt der Armee wa? ja der ist hier ja ja gut der ist schon gepinnt jetzt der Russe hat Rekruten ja gut das mit dem Mg hat ja natürlich prima funktioniert mal wieder da oben wahrscheinlich Echelons bei unserer Ehre das gehört uns die sind hier zu zweit ok ich hoffe es ich hoffe es meine ich stehe noch in grüner Deckung ja dann schicke ich mal einen Mg rüber ah er hat Molotovs wir können es auch einen Mg her schicken für das Haus ich habe einen Ami-Mörser gefunden oh cool nimm mit wo bleibt meine Verstärkung äh Mörser ist oh Ami-Fuck ja Ami hat einen Wifel-Fuck Russe kriegt auch noch einen Fuck komm schieß oh Russe kommt raus ja wird langsam ein bisschen zurückgedrängt aber das sind wir außen siehst du was hier geht ja ich fange ihre Reserven an nice so den Pussy ich jetzt mal wieder vor so äh ne T1 brauche ich nicht nochmal zu bauen Tekken sollte ich hehehe Apropos Tekken guter Gedanke oh gut komm mal was macht der so der kommt nicht klar oder ne der klettert die ganze Zeit hin und her Pass auch du du stehst im Molotow ne ja ich geh schon weg das und lief jetzt im Ws jaaa das tu ich das ist die geile äh ich sound hit 2 ja ja das zieht mich zurück mein Blob kommt halte stand Na gut, ich hab den aber immer noch zum Murphyet gezwungen. Was denn? Ach nichts. Ich hab doch nichts gemacht. Ach man, nicht mal ein Draht kann man hier bauen. Hört auf zu bauen! Mein MG fertig? Ah ok gleich. Jetzt ist es fertig. Ich hab nen Lux hier im Bau. Eines der vorderen Gebäude wird angegriffen. Das stimmt. Oh der hat nen Durchgrad, der spielt Land Lease. Ja gut, aber der wird aufgepünscht. Ja. Da hat nen Bunker, ey stimmt, Bunker gegen Land Lease. Da kann ich noch Flamker gegen Land Lease spielen. Du bist doch mal vorsichtig, ich leg genau vor die Tür ne Mann ne Mine. Ok. Ich bin so fies, ich weiß. Da hast du schon... Da hast du schon... Da hast du schon hier... Da hast du schon hier... Ja, also wird grad hochgetackt, aber ich hab den mal wieder in meine Base gebaut. Ja ist doch nicht... Ja, kannst mir irgendwann auch noch eins bauen. Der Bunker ist jetzt ein Feldlazarett. Soll ich bei dem anderen Haus auch ne Mine vor die Tür legen? Hm, achten, da kommen Ambis. Ein neues Halbkettenfahrzeug steht... Von da oben. Schau mal links vorbei. Äh, ok. Ich geh mit nach links. Hast ja nen Bunker an der anderen Seite. Ja. Ja und nen Ami-Mörser, nicht vergessen. Oh, da geht doch echt wie ein Fuck. Der zweite Weifel. Die können ja schon mal wetsammeln. Achtung, wenn er... Oh, die versuchen es bei dir grad wieder. Ah! Ich hab alles bei dir! Muss ja nicht sein. Du könntest ja hier oben capten. Ja, mach ich. Mach ich kurz. Hier, hier. Hier wieder nach der andere Seite. Ja, ich mach mich grad bereit. Gut, alles hab ich jetzt nicht bei dir, aber ein Volks ist schon fast unten wieder. Jo. Der zweite ist jetzt auch auf dem Weg. Alle hätten im GEDA einen Durchgrad da im Haus. Okay, der Ami hat hier nichts. Na doch. Eine Stellung. Hallo, ihr solltet euch da in grüner Deckung stellen. Oh, noch ein Fuck, das tut mir jetzt aber leid. Hä, tut das? Ja, ich hab den mal zu den Einheiten abgefackelt. Wir haben grad hier ne Stellung gebaut. Also schnell key das hier nicht zurück mit dem Durchgrad da im Haus. Naja, ich schick mal einen Flamer rüber. Was ich seh, ich belagere den hier. Oh, du musst in der Mitte bleiben. Ne, mach ich. Nein. Nein. Oh, er kommt mit der Pack. Nein! Nein! Wir haben ein Ziel! Abwechslung! Feuer frei! Wir können dir helfen! Augen! Pff! Guck mal mein Luxignor an einer Schraube zusammen! Na du hast ja die andere Seite! Mhm! Kannst ja mal gucken, wie da so geht! Ja! Habe ich vor! So! So! Ich musste dann Massenrutschieb machen! Ohne Lux hätte ich ja eh nix mehr gekonnt! Was ist da denn los? So denn bei mir? Ja! Oh nein! Mein Luxi kam nicht mehr raus! Was ist mit der Pack hinterher? Ey ich hab mich schon gewundert was der denn macht! Pioniere hier! Ey ich hab mich schon gewundert was der denn macht! Soll ich ne Stub bringen? Oder direkt ne P4? Komm ich komm ins Haus! Ich muss ins Haus! Unser Fuel Point! Oh! Ist der doof! Wir haben eines der vorderen Gebäude verloren! Ähm! P4 oder? Gut dann brech ich die Stub wieder ab! Ich weiß noch nicht! Ich heile mich grad mal bei dir durch! Ja kein Problem! Nimm das so! Und dann Fuel Point! Alter hat er bestimmt! Ehh! Alter Captain ja gar nicht doch jetzt! Ich hab' ich nix gegen das du Sch***er! Hm! Obersoli Oigen kümmert sich schon Ah der Luchs war wild Ey das ist auch so ein Verstärker Brutzel 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 Unsere tapfere Infanterie fährt Ja meine Grenatiere sind auf der anderen Seite Oh das ist durchdraht Ah die Puck ist da scheiße Also du nicht hinterher Na jetzt muss man auf die andere Seite Jo Alles klar Hast ja alles vertrieben was dir genervt hat Ja ja Okay So Nörser muss wieder auf die andere Seite Wir verlieren einen Sektor So ja jetzt kommt der P4 Nein der P4 nicht die Stuck Ich bring das noch mit Der Fakt hat unsere Nachschublinien unterbrochen Vor zum Ziel Auch noch ein Mg bringen für die Seite Besser oder? Ja Ich hasse es durch den Schnee zu laufen Begeben uns in feindlichen Sektor Flammerverdruck geht hinein Doctrine Ich hab auch noch nix gewählt Ich hab auch noch nix So Ja sieben Punkte Hab ich schon Äh Er fext Wart mal Ich versuch das hier nochmal zurück zu holen Jawohl sind in Bewegung Auf geht Feindliche Einheiten Feindliche Einheiten sichern unser Territorium Panzer 4 geht in neue Position Gut Hier ist noch gar nichts los Geist da Und sie greifen wieder an Wo denn? Aus der Hilfe? Also da wo meine P4 drin sitzt ne Ah ok Ist das eigentlich meine Mine dann noch? Jo Was für die Falle? Kaffee Wir wollten eine Förderung Das war ein guter Abschuss Fassel Feindliche Truppe Abhaltend Kaffee Reif Gehen in Angriffsposition Brauchen sie von sichern Feindliches Gebiet Unterwegs Im Feindgebiet Wir werden bereit Kaffee Vollgas Wir haben den Feind Sie dürfen noch nie Hahahaha du bieter hat sich voll gelohnt hat sie sehen kriegt da wieder eine hin oder? äh geht das nicht normal? nö der sieht mich der sollte mich doch noch gar nicht sehen ja ich mach doch kein theater da schießt die mauer kaputt das ist genial mach das russer ja es ist halt ein paar Panzergrenzen raus zu holen ähm ich bin rechts durch ok ja ich will mir das links zurück hast du auch ein bisschen support von mir ach jetzt hast du dich nicht da reingesetzt wo ich die mine davor gelegt habe ja kann auch wieder raus ne brauchst du ja nicht ok ich kann sie aber nicht halten er hat mich leider schon wieder gepinnt ich nehme halt den punkte halt noch ein ja aber ich könnte ihn gut nerven achso sorry äh p4 jagd p4 oder panta sparen mhm man hat uns frische Panzergrenadiere zugeteilt ja ja p4 hab ich schon kannst du den panther ja gut ich brauch noch 25 fuel wir sollten noch die schneeschuhe machen nicht mal im krieg panzer hier wechseln das einsatzgebiet fahrne stücker zu fuß bringen ach ne dann brauch ich noch erstmal einen panther danach könnte ich ja immer noch ja schon offensichtlich hier bäm ach scheiße hab doch überlebt so ich muss doch mal ich muss doch mal zu dir rüber laufen zum heilen la 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 sorry ja sorry ich bin im schul was macht man im leder pin die endlich pin die doch nein zieh dich zurück idiot meint sie mich nein ich meinte mein pionier da steht irgendwo ne pack ja AMG scheiße jetzt hab ich nicht jetzt hab ich gepennt ich hab grad den p4 verloren weil ich nen missklick hatte ach scheiße ich hab ja mein mg kam auch raus wir haben einen neuen panzer 4 wo ist diese pack welcher also ich wurde grad von irgendwas beschossen ja da gefunden Hashtag von ueuhh auch noch arz die panzer äh ne Schon wieder ein durchgar oh man der nerv mit seinen durchgar So, Pantha im Bau. Gleich auch noch ein Volks. Da lala. Hier gebaut. Scheiße. Noobisch. Was ist denn Noobisch? Ich hab außerdem vier gebaut, hab eins völlig vergessen. Das ist ja in der Mitte rum. Da hat er aber noch was anderes wie durchkaut, der Russe hier. Der hat einen Packenscheid teilweise. Ja, mein, ich schieße uns wieder weg. Habt'n Russenpack. Tun wir mal ihren Fuel. Scheiße, ich will die Packenschen hier nicht. Ich kann ja nicht Slowation, weil die schon wieder Russen sind. Ja, hol mal ihren Fuel. Nein, ich hab meine Hälfte verloren. Na, was, schade. Aber es war inklar. Egal. Ich war auch etwas zu dreist. Ja, in Bewegung. Was macht's mal in dem Geh-Dein-Demitte eigentlich? Keine Ahnung. Ich bin gerade rechts zugange. Kommt das noch raus? Pfff. An nem Full-Life-Panzer musst du jetzt natürlich deine Granate werfen. Das ist so sinnfrei. Oh, komm, fuck, fuck, fuck. Fuck sie. Oh. M4C Sherman. Guten Tag. Nein, das ist mir schon gut. Nein, ne, das ist mir schon gut. Noch was Anti-Tank-mäßiges? Ja, ne Pack. Ah, okay. Gut, dass ein Panther gebaut habe. So, was kommt da? M4C Sherman. Und mein Panther hat gerade Motor-Sharmon. Kannst du noch weiter reinlocken? Weil meine Pack steht da schon weiter, eigentlich. Äh, da kommt er. Mein Püppchen hab ich auch hier. Jawohl, danke. Ja, easy. Was ist denn die da vorne? Sind wir dann wohl reingewastet, oder? Ja, in der Tat. Ich weiß, ich hatte ja auch noch das Püppchen hier. Kannst du eigentlich mal ein P4 reparieren? Ähm, meine Pios, wo ist denn dein... In der Mitte. Meine Pios sind gerade low in der Base. Die heilen gerade an einem Bunker, an dem Heilungsstau da. Hm, kein Problem. Aber warte, ich geb denen einfach mal ein Sanitäts-Pack. Dann kann ich früher losrennen. So, sie kommt zu dir. Ja, und danach ist da aber ein Panther dran, der steht mit dem Motorschaden rechts. Oh, in der Mitte kommt was. Hm, was ist das? Meine Obersoldi sind ein Volk dahin. Hm, hm. Ist das meine Mine noch? Ja. Das war vorhin so mies. Meine Obersoldi sind gerade bei dir. Ja. Ja, stell dich dahin in die Kirsche, genau. Ja. Ich hab halt gesehen, dass du dein Niedel... Ja, den die Spam des Pucks ernsthaft... Haha, das MG ist rein, diesmal. Oder ich glaube... Neuer Sherman M4C. Okay. Ich glaube, ich bin ein Tiger. Ich schick mal ein Püppchen hoch. Oh! Ich glaube, ich bin gerade ein Püpp verloren. Hä? Ich glaube, ich bin gerade... Püpp verloren. Ja, das war wohl ein sinnvoll eingesetzter Luftschlag. Jo. Hat den zerrissen. Ach, sch... Ne, warte mal, wo hab ich denn den Tupf verloren? Boah, wo stand denn der? Minen hat sich übrigens schon wieder gelohnt, dass es Durchgar war in dem Haus und ging dann raus. Hm. Sehr gut. Also immer, wie gesagt, du kannst deine S-Minen da hinlegen. Und ich... Bei mir sind das ja auch S-Minen. Ich hab noch keine einzige Mine gelegt. Oh, was liegt mir hier schönes. Oh, ein Durchgar! Ja, ich hab da vorhin ein Skinsmann. Nehme ich mit. Na, ich will mal die Munition zurück. Dann kippe ich hier aber nicht weiter mit meinen Obersolis. Wenn der Mörser drauf schießt. Dein P4 ist fertig. Nice. Na, da kommen sie schon wieder. Na ja, ich hab meine Obersolis aber noch bei dir. Bei deinem MG. Ich bin noch ein P4. Jo. Da ich ein Volk verloren habe. So, Doktrinen. Äh. Ja, ich hab mal wieder Dings genommen. Ich glaub, ich kipp ein paar G43 aus. Und meine... Panzerpanzel müssen. Ah, dann geh ich auf Falli. Ja, ist so glücklich. Nein! Jackson kommt, Jackson kommt. Wo? Hier beim... Wo ich meine Fallis gesehen habe. Na gut, Tiger kommt. Ein Tigerpanzer wurde uns zugeteilt. Ein Panther ist ready. Püppchen... Püppchen ziehe ich auch nach. Panzer 4 ist jetzt da. Okay. Ich ziehe im Gegner. Na, Feuer soll wärm Arsch, mein Freund. Ich hoffe, er ist eine Pack. Na, ist es nicht zufrieden. Vor dem Äußeren brechen. Ja. 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 Also wenn du Aufklungen hast... Den hab ich gerade hier einmal rüberfliegen lassen. Okay, weil dann könnten wir den Jackson mit meinem Luftschlag ausnehmen. Ich geh nach vorne. Da ist der Jackson. No, ich starte mal. Das sollte ja gegen alles helfen. Ja, das haut dir mal an, dass du dann der Baits weg. Ja. Das ist voll effektiv. Oh Mann, fässt die Nagel. Scheiße. Kann ich den Luftangifft auf die Baits setzen? Oh, da oben, guck mal. Die haut Baits. Und jetzt eines in den Pack. Ja. Ach, scheiße. Da haben wir einen Fallis unten vorbinden. Oh Gott. Ja, ist halt schön. War das Haus kaputt? Ja, ist doch. Ich wollte eigentlich da unten gerade neue Fallis spawnen lassen. So. Jetzt versuchen die es wieder auf der anderen Seite bei mir. So. Voll gepennt mit meinem Fallis scheiße. Wir kämpfen tapfer für unser Land. Der Feind hat nur noch 200 Punkte. So. So. Ja gut, wir sollten auch nicht zu sehr versuchen, ihre Baits da zu rushen. Mach ich doch gar nicht. Ich hab doch hier nur einen Aufklärer. Ja. Ja. Ich wollte meinen P4, weil ich zu aggressiv war. Ja. Und er verliert seinen Sherman. Oder? Oh nö, scheiße kommt raus. Kein Support. Was soll ich dir was sagen? Ich kann gleich einen neuen bringen. Ah, das ist so schlimm, dass du ihn verloren hast. Ja, und noch ein Fug. Beim Gegnerischen Fuel Point verteilt. Könnte ich mir aber irgendwann mal einen Heal Bunker vor meinen brauchen. Ja, mach ich gleich. Ähm. Ach, da ist er noch kurz hier. Ich glaube, das Püppchen jetzt noch steht. Ja. Der Jackson kommt zu dir hoch. Wo dein P4 ist. Mhm. Soll ich ihm versuch eine Faust mitzugeben? Ja, kannst du machen. Oder ich fucke lieber den Einhoheifel. Oh, der kommt ja freiwillig zu mir. Na, scheiße ist hier bei uns. Okay, warte, kannst du auf den Sicht machen? Wann nehme ich den mit den Dings raus? Ich könnte... Warte, ich mache hier mal einen Aufklärungsflug, ja. Bin aber gerade recht doll zugang. Ich könnte auch mal ein Ding gegen die Infantriere, das ist uns ja auch relativ verwirklicht. Soll dich? Ja, noch klar. Und ich brauchte noch einen Muni-Punkt, weil ich habe jetzt einen P4 und einen P4. Oh, da kommt sogar ein Panzer rein. Sehr schön. Du hast direkt reingefahren. Ja. Hallo. Der Jackson ist auch was draus. Oh nein, der kam nicht raus. Ja, der Jackson ist raus. Mein Panda ist dann auch. Ja, wobei. Ja, siehst du gerade, was ich rechts gerade angestellt habe? Ja, mit meiner Luftunterstützung haben wir da ja alles... Ja, und meiner noch. Luftabgift. Alles zerlegt, ja. Das war schon noch. Das ist mein P4, da ist mein P4. So, ich muss jetzt wirklich mal Wrack ausschlachten, weil dem Panther kann ich nicht Incident nachbauen. Ja, ich sehe, der Talos guckt uns zu. Wieso? Frag mich, warum ich mir immer einen Ego-Bunker baue. Ja, der Panther war gerade blöd. Ja gut, eigentlich können die Surrendern, oder? Ja, ich habe einen Duschka. Ah, Mann. Warte, ich schicke mir die Geld. Gut, ich habe auch einen Duschka hier. Ja, das ist ne P4. Ja, die hat mein Panther zerlegt. Ja, und mein Tiger macht Quatsch. Ach, er hat die Versuchstelle auf meiner Seite. Oh, haben wir nicht mal die Bundle-Nade rausgekriegt, Alter? Ja, ich habe ja auch mal die Regierungen verliebt. Ja, wir stehen in der staatlichen Verluste, hier in der Abente. Zurück zur Basis! Ja, unsere Schubladen haben einen Sektor eingenommen. Wir können hier nicht gewinnen. Rückzug! Der Panzer muss hier weg, verdammt! Unser Verlust, unsere Nachschublinien sind unterbauen. Der Panzer fass Намier zu Bewebern! Lesen, in seinen Herd, Schönen hier Bunker, nö. Achso, ich hab den nicht nachgerüstet. Sorry, hab ich vergessen. Ah, es fällt mir ja auch nicht andauernd ein. Auch wenn ich da gerade in der Base meine Truppen so sehe, die gerade nach vorne schicken will und die so... Ja, das durchguckt nach davor. Egal, ich will mal die vier nicht verlieren. Hm, glaub ich mach mir noch ein Pio. Ich krieg's mal bei dir heilen, wenn du schon bei mir rumstehst. Oh, die kommen bei mir in die Base. Was? Was? Um P4 rauszunehmen. Mein P4 ist leider gerade bei mir, sorry. Oh, ich brauch den auch noch hier. Die drücken gerade bei deinem Mörder und bei deinem Tiger. Jetzt hat die Frage, ob sich das lohnt, wirklich den Sherman zu wasten. Oh, mein Tiger. Ich hab doch gerade gedrückt hier gerade bei deinem Tiger. Ja, aber der nimmt keinen Schaden. Mein P4 war gerade schon aufgeregt nach hinten. Und jetzt ist er wieder da. Ja. Ja, okay. Jetzt ist er zu spät. Ich hab nix mehr. Äh, hinter uns! Äh, neuer Schirm. Mein Panzertier ist bereit für den Kampf! Ich rette deinen Tiger! Ja. 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 Ich hab' nicht geriert. Das ist hart. Äh, Panther kommt. Ah, okay. Ein Püppchen gibt immer Sicht. Auf ganz. Ich hab' nicht geriert. Da kommen die Russen. Ja. Auf ganz. Ja. 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 Da kommen wieder Russen. und ja vorher schon wenn der rechts brennt brauchst du? Naja, ich hör schon ab Hast du überhaupt Repair nachgezeigt bei dir? Was hab ich? Repair Äh, nö Das bräuchte mir vielleicht mal Okay, läuft Oh, ich hab ausgedrucken, nice Ich hab vorher Dings angemacht Mit Lasten, weil ich dachte, ich verliere meine Pack Aber die lebt ja noch Den Panzer IV hättest du dich verlieren müssen, schreibt mir Talos gerade Das war mir klar Aber ich mach jetzt hier den Schirm kaputt Panzer IV hört Hilf Panther Panzer IV wechseln ein Einsatzgebiet Schloss mit Schlepp Entlastungsinfanterie ist jetzt verfügbar Mann, steht denn hier an dem Gehach, da oben Ach, ogen Oh, du kämpfst ja oben wieder Ja, eben Und das schreibt der uns jetzt Als wenn uns das gerade helfen würde Ja, vor allem der sieht das ja immer zu spät Ja, acht Minuten später sieht er das Nein, da lang, da lang, da lang, da lang, da lang Ernsthaft, die kriegen ich Oh, nee, die haben zwei Duschgas Ach und ich hab die Mörser verloren Ich brauch mal nicht die Mörser Ich hab die Pack die Qt Ich freu mich noch die andere zu holen Die andere ist auch die Qt Okay Oh, nein, jetzt hat er mich gepinnt Jetzt hat er seinen Duschgal gedreht Hat er ihn nicht mehr erwischt Ein frischer Mörser-Trupp ist eingetroffen Den Panther auch nicht Ja, war mir klar Man Du Pro Ah, unten, unten, unten Problem, unten Der Weg zur Eroberung Ja, du mit ein Brand-Molotov Merkst du nicht, dass du damit nicht vorwärts kommst, du Idiot Ja, mein P4 Shit Ja, das ist eh GG Ja, ja, mein P4 ist noch draufgegangen Ja, aber das war doch schon mal eine interessantere Runde Auf jeden Fall Auf jeden Fall, die könntest du auf jeden Fall Ja Blünderpunkte endlich, yay Jetzt fehlen mir ernsthaft 50 Stück, dann hätte ich 15.000 für neuen Commander Ja, du hast eh irgendwie so ne komische Zahl Ja, ich frag mich woher Keine Ahnung Warum bin ich die ja komisch Oh, oh, irgendwann war das mal viel, viel besser wie ich Ja, gut War ja auch schon das zweite Spiel heute Ja, da wirst du halt dann irgendwann warm, ja Ja, am Ende war dann die Konzentration halt wieder weg, das war das Problem Ja, gut, den P4 und den Panther hab ich wirklich blöd verloren, da hatte Talos schon recht Ja, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht So, Eugen, weil das, der wieder so entscheidend ist, die haben beide 300 Ja, deswegen hat's auch 40 Minuten gedauert und keine 10 Ich mein, an sich war's ja ne schöne Runde Ja, das war's ja auch ja Ja, danke und zwar ja